Hallo meine lieben Englischschüler! Wie oft habt ihr schon das englische Wort tired, was auf deutsch müde bedeutet, gehört oder gesagt? Und woran denkt ihr dabei? An körperliche Müdigkeit, geistige Müdigkeit, an Erschöpfung, vielleicht auch an Langeweile? In diesem Video geht es um acht Alternativen zum Wort tired. Viel Spaß! So, jetzt werden mal die acht Alternativen zu dem Wort tired, was müde bedeutet, eingeblendet. Das Wort tired ist das Wort, was man am häufigsten hört. Das ist so das bekannte Wort und in diesem Video geht es darum, dass ihr auch Alternativen kennt, dass ihr auch andere Wörter verwenden könnt, nicht immer nur das Gleiche, beziehungsweise euch auch noch spezifischer ausdrücken könnt, also noch genauer sagen könnt, A, um welche Müdigkeit es sich handelt. Dann ist man eher so körperlich müde, erschöpft oder eher geistig nicht mehr, ja ich sag mal, ganz fit oder auch wie schwer oder wie schwer der Grad der Müdigkeit ist, ob man es eher im privaten Kontext verwendet oder im beruflichen und aus dem Grund werde ich zu diesen acht Wörtern direkt auch was erzählen, wie und wann man es einsetzt. Kommen wir zum ersten Wort. Exhausted bedeutet, ja, erschöpft, meistens nach einer körperlichen, schwierigen Aktivität. Ja, man drückt damit aus, dass man wirklich komplett fertig ist, ist auch ein sehr extremes Wort. Dann haben wir das Wort wary, bedeutet müde, verwendet man eher nach einer extrem langen Tätigkeit, sie muss nicht intensiv sein, aber über einen längeren Zeitraum hat man was gemacht und ist dann nach der Zeit wary. Dann haben wir das Wort drained, bedeutet ausgelaugt, so kann man es am besten übersetzen und damit drückt man aus, dass man ja quasi von einer bestimmten Aktivität so fertig ist, dass man keine Energie mehr hat, diese Aktivität halt auch weiterzumachen. Also man ist wirklich energielos und schlapp. Dann haben wir das Wort sleepy, bedeutet schläfrig, ja, und ja, drückt halt dieses, diese schläfrige Müdigkeit auch aus. Fatigt bedeutet auch müde oder erschöpft, ja, aber eher müde und drückt halt auch aus, dass man nach einer bestimmten Aktivität, ja, halt auch fertig ist. Kommen wir zu zwei Wörtern, die eher im privaten und nichtberuflichen Kontext verwendet werden. Haben wir einmal neckert, bedeutet, ja, kaputt sein, beziehungsweise kaputt in dem Sinne und shattered, ja, dass man komplett zerstört oder zerschmettert ist. Dann haben wir noch ein allerletztes Wort, das heißt spent und das bedeutet verbraucht. So, meine lieben Englischschüler, das waren mal acht Alternativen zu dem Wort tired. Viel Spaß beim Üben dieser Wörter und bis zum nächsten Video. Euer Englischlehrer.